Das ist Dave Wakely, ein junger, talentierter, top-motivierter Chemiker. Und nicht in irgendeinem Kellerlabor. Dave forscht in Cambridge, Ort einer der besten Universitäten der Welt. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat er ein ganz bescheidenes Ziel. Einen Treibstoff für unsere Autos aus Wasser und Sonne. Quasi einen grünen Erdölersatz. Dave untersucht, mit welchem Material man Wasser in seine Bestandteile zerlegen kann, um sie dann neu zu Solar Fuel zusammenzusetzen. Aber was bitte ist Solar Fuel? Wir beginnen mit Wasser. Das ist H2O. Wir nehmen etwas Carbon Dioxide. Es sieht etwas wie das. Es ist CO2. Und wir nehmen die Sonne und einen Katalist. Und wir converten diese Chemikalien in etwas mehr Wichtiges. Wir können, zum Beispiel, Wasser und formen Hydrogen. Das können wir benutzen, um die Hydrogen-Führung und Transporten. Wir können CO2 und formen Carbon Monoxide. Und wir formen Oxygen. Das ist gut. Ich breathiere es all die Zeit. Und nichts ist so gut. Und wir können Hydrogen-Führung und Carbon Monoxide und kombinieren sie zusammen. Und wir können sie zusammenfüllen, wie Petrol, die du in deinem Auto benutzt in deinem Auto jetzt. Using sunlight. Ein großer Problem für mich persönlich ist die Patience. Es kann eine sehr lange Zeit dauern, von Forschung, von Fehler und Fehler, von Dingen zu tun, vor allem, vor allem, zu bekommen, ein guter System. Ich kann definitiv, das zu machen, mit einem Film, denn es gibt viele Fehler, die ich gemacht habe. Und es gibt viele Probleme, mit dem Arbeit ich mache. Aber in der Endeffektion, ich kann alles zusammenfüllen, und mit den Fingern knacken, so sieht es gut aus. Das Leben kommt nicht in Frage. Ich bin total sicher!